Das heutige Video wird enden, wenn Chrissi mich küsst. Mach schauen wie lange es dauert, let's go! Leo, begrüßt erst mal was geht ab. Na? Na, was? Äh, ich mach ein Video. Oh nein. Hast du wahrscheinlich unschwer erkannt gerade. Unschwer. Und ich werde dir aber nicht sagen, wann das jetzt Ende ist, weil du beendest es. Mit einer bestimmten Sache. Weiß ich nicht, sag einfach, denk einfach, mach einfach irgendwas, sag einfach irgendwas. Hallo, mein Name ist Christine. Ja, nee, hast du auch Chrissi genannt? Danke für die Vorschläge. Ich bin Max, ich mache YouTube, bin 18 Jahre alt. Ich bin 21. Boah, bist du alt? Nein, aber das ist es noch nicht. Ähm, Leo? Nee, ähm, du hast damit nichts zu tun. Wir wollen mit dem Park spazieren gehen. Du kannst gucken, genau, aber kleiner Tipp, bevor es dir viel zu lange dauert. Es ist nichts, was du sagen musst, du musst was machen. Du musst irgendwas machen, damit du das Video hier beendest, weil sonst filme ich dir einfach den ganzen Tag. Mal schauen, ich habe Bock drauf. Ich habe nichts vor heute und du? Nein. Der kommt genau, genau, aber... Ähm, muss ich ja mal mal ein Schleifezimmer haben. Ähm, ein Hampelmann. Äh, nee, ein Hampelmann ist es nicht. Eine Kniebeuge. Ich habe eine andere Idee, gehen wir mal ins Schlafzimmer. Muss ich mich schminken? Nein. Abschminken? Mach einfach, ich sag dir was richtiges. Abschminken. Herr WTF, nein, warum sollst du die abschminken? Also jetzt kann er 21 öffnen. Ja? Heute ist der... Ich öffne sehr gerne die 21. Heute ist der 20. Nein, 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 nein. Weil es 20 sieht es eigentlich aus wie der 1. Weg damit, weg, 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 das ist es nicht. Nur ein ganz kleines Problem. Nein, nein, lass den Adventskleidern, Friede, der hat nichts damit zu tun. Du kannst wetschmeißen. Oh, da würde ich mich auch... Leo möchte auch dazu, ne? Ja, mir auch. Sie gerne anprobieren. Ne. Ist das irgendwas hier drin? Ähm, weiß ich nicht. Komm ich da drauf? Ja. Abschminken? Nein. Hä? Mit Leo spielen. Komm, komm, komm. Es ist doch schön, dass du jetzt mit ihm spielen möchtest, ne? Aber das hilft dir nicht weiter. Dich umarmen. No. Danke. Du magst mir aber sehr gerne. Grüß dich. Ich hab Lippenstift drauf. Das war's. Haha, scheiße. Ich würde es länger brauchen. Ich schau jetzt beim Mörd vorbei. Die gibt es nicht mehr lange. Ich hab längst noch hier aufgehangen. Also, erst einmal in der Videobeschreibung. Bis Ende. Tschüss. ARD Text im Auftrag von Funk